Heute gibt es das nächste Update im Fall Valeria. Die 9-Jährige wird jetzt seit einer Woche vermisst und ich berichte seit Anfang an darüber. Wenn euch solche Themen interessieren, lasst gerne ein kostenloses Abo da und schreibt eure Meinung sachlich bitte in die Kommentare. Denn momentan gehe ich von einer Entführung aus. Man muss wirklich auch von einem Gewaltverbrechen mittlerweile ausgehen. Zwar sind jetzt zur Stunde, wo dieses Video für euch online kommt, neue Suchaktionen auch geplant von der Polizei und ich hoffe, sie wird lebend wiedergefunden. Mittlerweile muss man aber auch vom Schlimmsten ausgehen. Das Ganze ist fürchterlich und beschäftigt mich nicht nur bei der Recherche, sondern auch wirklich privat, indem ich auch Nachrichten von euch per DM bekomme mit neuen Informationen, so auch diese Artikel, ein BILD-Plus-Artikel. Und ich möchte euch eine kleine Passage hier vortragen. Ich habe mir jetzt BILD-Plus hier für euch gegönnt als kleiner Mehrwert. Ich verdiene ja hier auch ein paar Euro mit den Videos. Dachte ich, komm, gönne ich mir das Ganze für euch. Denn es ist dort halt leider hinter einer Paywall und ich finde das schon sehr interessant, was dort jetzt nochmal als Meldung rauskam. Denn ja, da wurde zumindest davon gesprochen, dass Valeria vor der Schule gesehen wurde. Und das wäre doch schon mal sehr wichtig, das Ganze hier auch vorzutragen, finde ich. Und auch wichtig, das nicht hinter einer Paywall zu verkaufen. Aber na gut, das muss die BILD dann für sich entscheiden. Finde ich immer bei solchen aktuellen Ereignissen schwierig und kritisch. Aber auch die müssen ihr Geld verdienen. Ihr könnt es ja gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das so seht. Ansonsten gehen wir jetzt hier mal in den kleinen Auszug von dem Artikel, den ich jetzt sehr, sehr spannend fand. Und das bestätigt auch meinen Gedanken, dass da jemand sie entführt haben könnte. Wir sind jetzt hier auf der Seite der BILD. Der komplette Artikel ist für euch unten angepinnt. Ich trage jetzt nur die wichtigste Passage für mich hier vor aus Fairnessgründen. Dennoch finde ich es immer schwierig, das Ganze hinter einer Paywall zu verstecken. Wenn doch das Ganze gerade auch so, so wichtig ist, da sämtliche Informationen auch für die Welt zu teilen. Damit man natürlich auch möglichst viele aufmerksam macht auf den Fall. Und gerade nach einer Woche, wo das Mädchen erst vermisst ist, finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Wenn das jetzt seit Monaten geht und man jetzt keine krassen neuen Informationen hat und dann vielleicht mit spannenden Artikeln nochmal Geld versucht zu generieren. Meinetwegen, aber so finde ich das ein bisschen blöd. Aber gut, Ermittler gehen davon aus, dass sie nie in den Bus stieg. Das ist jetzt nicht ganz neu, davon sind wir jetzt schon länger ausgegangen. Aber jetzt geht es weiter. Doch an diesem Tag erscheint sie nicht um 7.30 Uhr zum Unterricht, finde ich aber auch sehr früh. Bei uns fing es immer um 8.00 Uhr oder 8.30 Uhr dann später an. 7.30 Uhr ist echt fies. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen nie in den Bus stieg. Auf keinem der Videos auf den Überwachungskameras ist sie zu sehen. Das ist auch schon mal ein Indiz, dass sie wirklich nie im Bus war. Und doch soll sie an jenem Montag zumindest in der Nähe der Schule gewesen sein, so berichtet es ein Freund der Familie. Und das ist jetzt schon mal sehr, sehr interessant. Hier halt die Grundschule, die zu sehen ist, wo Valeria zur Schule ging. Der Mann beruft sich auf einen Mitschüler des ukrainischen Mädchens. Er sagt, der Sohn eines Freundes sah Valeria gegen 9.20 Uhr vor der Schule. Jetzt kann man natürlich drüber mutmaßen, hat der Junge sich nur verguckt und sah das Mädchen vielleicht so ähnlich aus. Oder hat der ein fotografisches Gedächtnis und wusste das ganz genau. Oder wenn es auch wirklich jemand ist, der mit ihr zur Schule ging, dann finde ich das immer schon auch wichtig. Weil die erkennen ja in der Regel dann auch die Kinder wieder. Aber nun gut, wir tragen das dann hier weiter vor. Der Sohn eines Freundes sah Valeria gegen 9.20 Uhr vor der Schule. Also fast zwei Stunden nach dem Schulbeginn um 7.30 Uhr. Er war zu spät und sah sie da allein stehen. Wahrscheinlich hat sie dort auf jemanden gewartet. Um wen ist dann die Frage. Eine Bekannte kam zwischen 9.30 Uhr und 9.35 Uhr an der Schule vorbei. Da war Valeria schon nicht mehr da. Ich glaube, sie wurde entführt. Das sind jetzt alles Mutmaßungen. Aber sehr, sehr interessant, dass das vielleicht auch direkt davor passiert sein könnte. Ich habe das bis jetzt für wahrscheinlicher gehalten, dass es auf dem Weg zum Schulbus passiert sein muss. Und dennoch kann es natürlich auch an der Schule passiert sein, was ich jetzt nicht ganz so greifbar finde, wie die These, dass sie auf dem Weg zum Schulbus entführt worden sein könnte. Weil an der Schule, ich glaube, da sind auch mehr Kameras, glaube ich. Also zumindest sind oft an Schulen an den Eingängen Kameras und dann sind da auch viele Lehrer, Mitschüler und Co. Also viel zu viele Zeugen unterwegs. Klar, auf dem Weg zur Schule, zur Bushaltestelle kann das genauso der Fall gewesen sein. Aber jetzt direkt vor der Schule ein Kind zu entführen, ist merkwürdig. Es sei denn, es wirkt am Anfang nicht wie eine Entführung. Und sie wird gezielt in ein Auto gelockt und steigt da naiv ein. Und denkt an nichts Böses, was für ein Kind auch vollkommen normal ist. Bitte klärt eure Kinder immer genau auf. Nie bei Fremden einsteigen und nie Geschenke annehmen. Und egal, was die da erzählen, immer die wichtigen Sachen vortragen. Weil, wie gesagt, wenn man einmal den Fehler macht und beim Falschen einsteigt, dann ist das im schlimmsten Fall dann so wie bei ihr, dass sie da höchstwahrscheinlich entführt wurde. Zumindest halte ich das für wahrscheinlich und gehe davon aus. Fakt ist, Valeria braucht weniger als zehn Minuten von ihrem Zuhause bis zum 450 Meter entfernten Busbahnhof. Der Bus zur Schule braucht für die 1,8 Kilometer lange Strecke laut Fahrplan etwa 14 Minuten. Also auch ganz schön happig schon für 1,8 Kilometer. Aber gut, wenn man mehrere Haltestellen hat und Leute ein- und aussteigen und das jetzt auch Haltestellen sind, die jetzt frequentiert sind hoch mit vielen Leuten, die ein- und aussteigen, dann kann das auch mal länger dauern. Aber gut, damit wäre das Mädchen spätestens um 7.30 Uhr in der Schule gewesen. Und ja, jetzt wurde darüber auch gesprochen, Mensch, ein neunjähriges Mädchen allein zur Schule lassen, das ist doch schon fahrlässig. Kann man so oder so sehen. Man kann dem Kind natürlich so eine gewisse Art und Weise auch beibringen, schon sehr eigenständig zu sein im jungen Alter. Meine Mutter erzählte mir davon, dass sie mit sechs, sieben Jahren mit ihren ein, zwei Schulfreundinnen fünf Kilometer zur Schule und wieder zurückgelaufen ist. Das war damals ganz normal. Ich habe auch, glaube ich, ab 8, 9 bin ich alleine immer nach Hause gefahren von der Schule. Hin wurde ich immer noch gebracht. Da hat mich mein Vater immer gefahren. Aber ja, aus Zeitgründen, weil meine Eltern auch beide berufstätig waren, wurde ich da jetzt auch nicht abgeholt. Da wurde mir das beigebracht, ab einem gewissen Alter auch alleine zu gehen. Und dann hieß es auch immer, immer in Gruppen gehen. Und bei uns an der Grundschule war es immer so, dass auch Polizisten oft den Schulweg bewacht haben, ob da nicht Leute sich rumtreiben, die komisch wirken oder irgendwelche Dinge passieren, die merkwürdig sind. Da wurde sehr gezielt drauf geachtet. Daran kann ich mich noch erinnern. Und ja, dann wird hier auch die Frage gestellt, hat Valeria vor der Schule auf jemanden gewartet? Selbst wenn sie den Bus verpasst hätte, wäre sie pünktlich gewesen. Zu Fuß ist ja nicht einmal zwei Kilometer lange Weg in unter einer halben Stunde zu schaffen. Ja, auch definitiv möglich. Was dann zumindest erklären würde, warum sie nicht auf den Überwachungsbildern zu sehen war. Vielleicht hat sie den Bus verpasst und ist dann da hingelaufen. Kann auch sein. Dann geht es hier weiter. Was geschah in den zweieinhalb Stunden zwischen dem Verlassen der Wohnung und dem Zeitpunkt, an dem sie angeblich von dem Mitschüler gesehen wurde? Viele Fragen sind offen. Warum stand Valeria in der Nähe der Schule und ging nicht in ihre Klasse? Hat sie vor der Schule auf jemanden gewartet? Und warum hatte sie an diesem Tag ihr Handy nicht bei sich? Ja, das sind alles Fragen, die sehr, sehr spannend sind. Und ja, der Vater des Mädchens Roman G. geht ja auch von einer Entführung aus. Und ich gehe nach diesen bisherigen Meldungen leider Gottes auch davon aus, dass da eventuell jemand sie entführt haben könnte. Denn Fakt ist, dass ein anderes Mädchen in der Woche zuvor auch belästigt wurde. Ja, sie ist da nicht eingestiegen, aber sie wurde auch damit gelockt, dass man ihr noch mehr Katzen zeigen könne. Und sie hatte ja gerade mit einer Katze gespielt, das andere Mädchen. Also auch ganz, ganz eklig, wie ich auch zuhauf schon gesagt habe, in dieser ekligen Werbung vom Frühjahr, die aber wichtig war, die ist im Kopf geblieben und hat, glaube ich, auch viele gerettet, viele Kinder. Denn da wurde auch darauf verwiesen, soll ich dir mal einen richtigen Hasen zeigen? Ja, der creepy Dude mit der Brille und Halbkratze, der die Mädchen da ansprach in der Werbung und dann darauf hingewiesen wurde, dass man da nicht bei Fremden in die Autos und Co. einsteigen soll oder in die Wohnung mitgehen sollte. Und das hat viele von uns, denke ich, auch gerettet. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mal von einem Typen auch angesprochen wurde, der meine Bewegung nachmachte, als ich so ein bisschen am Zaun wippte. Der war so fünf, sechs Meter weiter entfernt. Und der hat dann auch irgendwie gesagt, kommt doch mal hier. Und da war ich mit einer anderen kleinen Freundin gerade unterwegs in der Nachbarschaft. Wir sind dann ein bisschen als Sieben-, Achtjährige so ein bisschen draußen rumgetont, wie für die 90er üblich. Und ich habe dann gesagt, nee, ich habe schon gegessen mit meinem Kästen Humor und bin weggerannt. Da kann ich mich bis heute noch daran erinnern. Und wir beide wussten, okay, wenn wir da mitgegangen wären, wäre ich glaube ich nicht so clever gewesen. Das wirkte alles sehr, sehr komisch. Eine sehr merkwürdige erwachsene Gestalt, die da plötzlich mit Kindern da rumhausierte. Das ist schon gruselig. Aber dann gut. Sei es drum. Sehr, sehr creepy. Und deswegen immer Vorsicht. Die Kinder gut ausstatten mit Smartwatches, Handy-Apps, GPS-Dingern, die man auch trackern, die man an den Schulranzen anbringen kann und Co. Ich glaube, das ist wirklich gerade in den ersten Jahren Gold wert. Nun gut. Das soll es dann für heute hier gewesen sein. Das war jetzt das neueste Update. Ich finde jetzt nochmal sehr brisant, dass sie vermeintlich vor der Schule gesehen wurde. Jetzt kann man natürlich den Jungen, der das da behauptet hat, in Frage stellen. Aber spannend ist es dennoch. Das soll es dann für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.